hallo und nur ganz kurz es geht um eine kleine persönliche geschichte die ich jedem youtuber doch gerne ans herz legen möchte es gibt viele schöne gute quellen im internet für freie musik eine davon ist zum beispiel kevin cloud der unter in computech.org oder com seine musik wunderbar zur füge stellt und da habe ich auch noch ein problem gehabt eine sehr sehr schlechte quelle für freie musik ist dahinter hingegen die folgende seite ccmixter.org denn die hat mir jetzt das folgende eingebracht übereinstellende inhalte von drittanbietern gefunden da klicken wir einfach mal drauf weil das so schön lustig ist und lesen nachfolgend dass das klappt super mit der darstellung dass er treffer rights holder what the fuck auch immer ghost collective stop blue mix featuring irgendein gewichser und irgendein anderer spaß die ja das wird jetzt hier monetarisiert jemand verdient jetzt mit meinen videos geld auf youtube weil man von stelle 6 38 bis 7 28 sein wichslied hören kann es ist nicht mal ein gutes lied es ist ein bisschen melodisch aber alles in allem wäre es nichts was ich mir auch nur für zwei cent auf irgendeiner börse kaufen würde aber umsonst nimmt man nun mal anders und das wird wahrscheinlich genau das problem sein aber damit ihr nicht seht dass ich mich jetzt hier umsonst aufregung und verdammte scheiße ich rege mich gerade wirklich auf denn ich will das nicht das hier das wo ist es jetzt kommen youtube ein bisschen schneller 50.000 leitung das will ich nicht das hatte ich früher ganz 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 massiv und das ging mir furchtbar auf den keks und ich habe viel gelöscht und das will ich einfach nicht mehr aber alles nach dem anderen gehen wir mal auf dick hier ccmixer.com und wir sagen mal featured free for commercial use frei für die kommerzielle nutzung was ich nicht tue aber die kommerzielle nutzung ist ja doch mal eine ebene höher als die nutzung ohne kommerziellen hintergrund wie ich es tue also die freigaben sind noch mal eine stufe höher als dass sie eigentlich für meine geschichten notwendig werden aber machen wir mal ganz ganz kurz also free for commercial use alles ganz schön alles ganz toll design da kriegt man direkt eine kleine übersicht mit ein paar liedern hier das ist wirklich also optisch ganz ganz tolle geschichte und dann sagt man einfach mal hier oben ok gucken wir doch mal der liebe ghost car oder ghost collective klicken wir mal drauf hier ghosty ghost car ghost collective da haben wir ihn schon und da haben wir auch sogar das liedchen stop das hier wir erinnern uns war es der one more time remix oder was der stop blue mix wir gucken noch mal nach wir haben es ja noch offen ist ja nicht so dass die anzeige da verschwindet also es ist der blue mix wird angeprangert so dann gehen wir mal auf den blue mix klicken wir mal drauf warten kurz bis die seite irgendwann mal legt und dann haben wir hier oben cc persona bei kann man nicht ganz identifizieren was heißt das denn jetzt eigentlich klicken wir auf das lustige fragezeichen und sehen full cc license free to use even in commercial projects but you must give credit to the musicians und tschuldigung das tue ich ich habe bildschirmeinblendungen die sind lesbar und scheiße bin ich angefressen ich habe echt so einen hals cc mixta sorry auch ich habe zwei drei leute die haben mir sachen von cc mixta empfohlen alles was ich jetzt über die tags rausfiltern kann was ursprung bei cc mixta hat fliegt komplett bei mir aus der datenbank komplett aus der playlist tut mir unheimlich leid ich habe vor kurzem erst wieder aufgestockt und habe ein paar mehr lieder in die playlist gepackt weil es eben langsam aber sicher ein bisschen monoton wurde aber das just once fool me once shame on me oder was auch immer fool me twice shame on everybody keine ahnung riesen aggressionspotenzial gerade wahrscheinlich rege ich mich wieder viel zu sehr auf über eine absolute kleinigkeit aber ja liebe videomacher bei youtube liebe videomacher allgemein haltet abstand von cc mixta weil ich habe es vorgemacht man findet dieses lied unter free for commercial use und ich habe jetzt hier die wunderbare urheberrechts wichse in meinen videos drin und die saftnasen hier machen sogar schön kohle mit meinen videos weil cc mixta eine bitch slap seite ist vielen dank für die aufmerksamkeit bis zum allernächsten mal macht das gut oder rein und tschüss